Gerade eben habe ich noch friedlich mit dem Stuhl getanzt und dann sowas. Hey, geht das was gegen bei euch ab? Junge, willkommen zu Amnesia. Amnesia oder ne? Als ich früher die Horrorgames gemacht habe, vor einiger Zeit, wurden mir ganz viele Spiele genannt, die ich machen soll. Darunter ist auch Amnesia gewesen und jetzt ist es kostenlos. Start ein Game, aber zack, zack. Ja, ich habe gehört, dass es kein Horrorspiel, sondern ziemlich viel Spaß machen. Ist auch was für kleine Kinder und man kann viel Spaß haben. Das ist schön. Das spricht aber schon fürs Spiel, oder? Das ist schon schön. Aber ich habe auch ein bisschen Angst. Also jetzt hören wir wieder auf. Langt jetzt. Amnesia, tolles Spiel. Schöne Blüten, die da runterfallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Natürlich nicht. Für quick success to your momentos. Press M. Make sure to check these whenever you get stuck. Hey, Nico. Hier ist Roman. Follow the liquid trail and find its source. Und mein Journal. Da sind keine Hunde drin. Da ist nichts drin. Also ich habe ja wirklich sehr viel dabei. Ich habe ein Herz, ein Gehirn, ein Buch und... Boxen. Kann man auch hin? Ey, man kann nicht hin, oder was? Hold down mouse and move the mouse. Ah. Ah. So selber. Also man kann die Türen richtig... Gut. Achte, habe ich sie aufgeschlü... Läudert. Hör. Okay. Ich... Ja. Ich habe eine Tinderbox. Sind das Streicherlze, oder was? We use to ignite light resources in the environment. Nico, lass uns balling gehen. Ich will balling, Nico. Oh, Mann. Hallo? Also bis jetzt ist es wirklich noch gar nicht gruselig. Ich weiß gar nicht, was die Male haben. Also ich finde Milch jetzt wirklich sehr schön. Aber nach soll ich noch mal suchen nach dem Wasser? Nach der Source des Waters? Follow the liquid trail. Ja, hier ist liquid. Da oben kommt es her. Los. Los. Ich habe verloren. Ach, die meinten das hier. Das ist klar. Ist das blutet? Das sind Rosenblätter hier, ne? Oder Blumen. Ich kenne mich halt aus. Ich bin so ein... Hey. Ich gehe mal wieder zurück. Ja, und somit sind wir fertig. Ne Quatsch, komm. Jetzt gehen wir mal ran. Well, hello. How can I help you? That sounds delicious. Also man muss sich verstecken vor... Vor Gegnern, habe ich gehört. Ich habe keine Angst. Ich gucke erst mal in den Schrank. Auch wenn hinter mir was kommt, mich in den Arsch fickt. Ist mir völlig egal. Also da hätten sie jetzt schon so einen Kopf erscheinen lassen können. Machen wir wieder zu. Sonst kriege ich Angst. Da kann ich da... Da kann ich jetzt rein? Ah, die Tür bleibt nicht zu. Ja, dann will ich jetzt mal die... Und wie mache ich das jetzt? Wenn griebigen ein Objekt, please write the mouse. To throw it. What? No, Mr. Flush ist kaputt gegangen. Ich will das haben. Hold R and move the mouse to rotate the object. Oh my God, this is so crazy. It's like Gary Smart. Ihr wisst alle, wie wichtig es ist, dass man gerade mal was dabei hat. So einen Stuhl zum Beispiel zum Hinsetzen. Ich nehme die Couch mit, hallo? Ach ja, das ist immer gut. Folgendes Szenario. Man will sich irgendwo hinsetzen, weil man sich hinsetzen möchte. Habt ihr keinen Stuhl dabei, habt ihr geschissen. Oder man will die Tür aufmachen. Pam. Tür aufmachen. Pam. Ach so, halt, hier war noch gar nicht offen. Es hört sich an, als würde jemand laufen, aber es ist mir völlig egal. Da bin ich völlig unbeeindruckt von sowas. Ich muss meinen Stuhl mitnehmen. Ich sehe kommt, dass ich mich oben am Treppenansatz, Absatz noch kurz hinsetzen möchte. Und dafür brauche ich natürlich meinen Stuhl. Ja gut, dann bleiben wir einfach mal jetzt hier. Ich stelle mal kurz den Stuhl hin. Wie man es eben so macht, wenn die in der Einrichtung sich verstellt hat. Da schmeißt man es an die Wand und schon geht's. Warte kurz. Stuhl bitte, nein. Ja. Also. Jetzt machen wir es mal kurz hin. So. Kurz ausruhen. Wir gehen natürlich weiter hier. Hille Palle. Und wenn jemand kommt, schmeiße ich ihm den Stuhl ins Gesicht. Hallo. Hallo. Oh Gott, das ist schon ein bisschen eklig. Aber ich will meinen Stuhl wieder haben. Moment. Was ist hier los? Das war eigentlich. Irgendjemand hat auch eben den Stuhl für mich geschmissen. Irgendwas hat gemerkt, dass der Stuhl schief ist. Und es wollte es wieder hinstellen. Circa so. Circa so. Der ist ja schon ein bisschen cooler. Aber nein, wir bleiben unserem Stuhl treu. Oh mein Gott, genau der gleiche. Ohne Witz. Jetzt steht er draußen ungefähr. Es ist gerade dunkel. Scheiße, ich kann ihn nicht filmen. Unsere Nachbarn haben so einen Stuhl rausgestellt. Der richtig geil aussieht. Der sieht ähnlich aus wie der. Der ist aber blau bespannt und nicht grün. Aber sonst genauso. Aber naja. Das kann ja nur ein verfickter Zufall sein. Mal stehen, Stuhl. Nein, ich hab gesagt, bleib stehen. Er legt sich hin. Aller ist ja wohl ein fauler Stuhl der höchsten Sorte. Ja? Der alle höchsten, äh, äh. Güte. Sorte. Reihe. Achtung, ich komm jetzt rein. Ich hab einen Stuhl dabei. Ja, ähm, Moment mal. Wird das noch dunkel oder was? Nee. Ich geh da jetzt rein. Ha! Stuhl, wir haben es geschafft. Erstmal feiern. Duf, 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 duf. Oh mein Gott, oh mein Gott. Alter, Alter, der Stuhl ist weg. Gott, jetzt wird das Spiel aber echt scary. Wie so eine, wie so eine Frau, die Angst vor Mäusen hat. Ah! Ah! Wo ist jetzt der Stuhl hin? Alter, jetzt hab ich echt, das hat mich jetzt, das ist aber ganz schön merkt. Ist das mein Stuhl? Nee. Gut, ich bin ein Mann. Könnte der Stuhl gewesen sein. Ich weiß noch nicht, was mit der Stuhl aussieht, den ich in der Hand hatte. Oh Gott, du guter Ritter, du. Wolltest mich beschützen, gell? Ah, guck mal her. Unser neuer Kamerad ist am Start. Aber weh, der verschwindet, ey, dann rast ich aus. Ohne Witz, ich hab grad, gerade eben hab ich noch friedlich mit dem Stuhl getanzt und dann sowas. Oder hängt der irgendwo im Kronleuchter, das wäre echt lustig. Alter Verwalter. Ich weiß gar nicht, ob ich das großartig schneiden muss, hier das Spiel. Weil es durchgehend irgendwie so ist, dass es lohnisch, schauenswert ist, glaube ich. Hallo, what the fuck, hello. I'm gonna fuck you right now. This is my stone. The door slammed shut behind him and they knew he would never again see the old trailer at Berkeley Square. Another lone soul in London. Was? Alter, der Kopf ist weg. Well, hello. Okay, ich nehme dieses Pflanzenreich. Jawohl. Flora. Ich bin de Flora-Mensch. Ich kenn mich aus mit de Pflanze. Witnessing. Witnessing and set of the moments will it use your sanity. It can increase by completing puzzles and making progress. Ah, die Mutter macht progress. Alter, ich muss Licht anmachen. Hier ist Licht. Hier. Hier. Okay. Ach, der Heim ist ja weg. Alter, hier ist doch Licht. Rastet doch mal nicht so aus. Oh mein Gott. Ganz ruhig. Ah ja. Tja. Die Insanity hat gedacht, sie kann mich ficken, aber nicht mit mir. Ich bin nämlich nackt. Ich würde sagen, wir legen unser Buch mal hier ab. Hier. Genau hier. Und machen dann das nächste Mal weiter, ja? Weil meine Freundin kommt jetzt gleich und die lacht nicht aus, wenn ich hier Hocken... Mädchenspiele spielen. Also dann, äh, vielen Dank. Ja. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Die Kamera verreckt einfach. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018